Wir sind hier immer noch bei Daryl's Hunt. Das geht jetzt hier irgendwie... Irgendwie ein Bestreien. Ich würde sogar sagen... Bekämpfen. Wie auch immer. Ja, das Gute ist bis jetzt, dass die Seelen uns immer noch retten. Wir müssen mal wieder unsere Energie aufladen. Aber ich hätte gedacht, wir müssen hier die Wand durchschlagen. Das wäre auch mal eine Maßnahme gewesen. Ja, gegen so einen schnellen Schlag oder so machst du gar nichts. Da kannst du noch so viel Kraft haben. Dann werde ich es einmal in deiner Aktion nehmen. Wie war es das? Die geben hier immer noch Energie. Oh, ja, Wolf. Ich wollte lange nicht gesehen, ihre Gehen. Wobei, manchmal sieht man ja... Achtet man nicht auf das, was man da zerkloppt. Ah, hier können wir durch. Ich dachte schon, wir müssen durch das große Tor. Kleine Ratten laufen hier auch um. Die dürfen ja im Kampfspiel fehlen. Okay, das Tor geht auf. Sehr gut. So, dann hauen wir hier mal schnell ab. Hier müssen wir lang. Genau, das war das Tor, was aufging. Alter, diese Schnellschläge, ey. Die feier ich so. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es gibt sonst nicht viele Möglichkeiten, irgendwie da so abzugehen. Aber wir müssen jetzt hier lang, glaube ich, ja. Bei Batman Arkham Asylum oder so, da ist das ja auch so. Da hatten wir auch so richtig geile Kombos. Alter. Ich dachte, dass wir der Wegs noch mal geben können, ne? Mein, Dämonen sind aber geschlechterlos, aber... Aber irgendwie... Let's fight. Fight nicht aus. Ja, so geht's ganz gut, aber das kann Ding. Das ist mir ja gut zerkloppen. Ja. Ja, klar, das ist scheiße, ne? Hast du gesehen, dass die Großen fertig machen, wirst du wahrscheinlich draus gekommen? Ja, da hat man einen Schlag erreicht, dann war hier Ruhe im Karton. Da geht's dann wahrscheinlich rüber. Genau. Hier kommen wir hier. Ja. Sehr gut. Noch einer? Da hat sich keiner mehr gebaut. So. Ich glaube, hier sind wir richtig. Nee. Jetzt in die andere Richtung, oder? Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier rein? Hier geht's nicht rein. Das ist ja sehr schön. Oh, nix machen. Ah, ich hab schon ne Ahnung. Wenn's hier jetzt nicht hoch geht. Ich will mir schon vorstellen, dass wir uns jetzt hier drauf stellen. Und dann... Da gucken, ne? Okay, ich hätte gedacht, wir kommen von hier. Oh, nix machen. Oh, nix machen. Oh, nix machen. Ich glaube, ich werde irgendwo kommen. Dieses Ort sieht nicht stabil. Toll. Ja, die hat immer noch ganz gut umgehauen. Das ist richtig geil, wenn man aber auf die Rüstung klopft. Ah, da hat's ihn irgendwie auch so ein Kaloderma Renzer an da reingerissen. Ja, da geht's auch wieder bergauf. Ich dachte schon, wir müssen uns da drüber teleportieren. Mal einen Zielpunkt suchen. Ach, da oben. Alles klar. Ach, den müssen wir befreien, ja? Also, das ist unser Auftrag. Oh. Wir haben mehrere Käfigen gefangen. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du ein bisschen kurz für ein Exeggutor? Are you... Agares? Never heard of him. Schade. Ich bin hier zu kommen, jetzt. Wer hast du? Es ist nicht Zeit, um Fragen zu stellen. Du bist Agares. Willst du bleiben, oder willst du gehen? Hör, du musst mich aus dieser Käfigen. Es ist ein Geheimnis im Hintergrund. Ich würde sagen, gehen wir erstmal hier hoch. Aber hier können wir erstmal... Ich will hier irgendwas machen, nee. Aber wir können uns erstmal hochbiegen. Ja. Ist die Frage. Gehen wir erstmal hier rum? Ja, das ist der. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt, check den anderen Fluss. Ich frage, ob es nochmal einen höher geht, oder... Ja, geht's noch. Ja, geht's noch. Okay, dann gucken wir hier mal. Dann müsste ja der nächste Kubus auch hier sein. Ja. Ja. Perfekt. Jetzt, versuche ich mich mit diesem Lever auf dem Boden. Und dann, warte mal, der Kubus war eigentlich links. Ah, dann gehen wir mal hier lang. Ah. Shit. Funktioniert nicht. Mal raus hin. Ah. Alles klar. Na ja. Einer ist befreit. Funktioniert immer noch nicht. Schauen wir mal, ob wir hier noch was zerschlagen müssen. Ob es das war. Sonst gehen wir mal eine Etage höher. Er ist zerschlagen. Okay. Aber wir können ja gleich weiterlaufen. War ja gleich hier. Einmal um den heißen Brei rum. Das ist doch schön. So. Vermute mal, wir müssen unten den Schalter jetzt umlegen. Ja. Genau den meine ich. Okay. Ups. Hat der das hier das überleben, ne? So krass. Ja okay, sie sind ja schon tot. Das war ein bisschen Zeit. Danke. Ich fühle mich. Nicht so schnell. Wir müssen uns aus dieser Präsenz. Years von Präsenz haben mich ziemlich weck. Ich muss auf ein paar Säte. Das ist nicht ein Problem. Plenty von Tormento ist hier, und ich habe ein Gefühl, ich werde es nicht einfach rausgehen. Ich denke, wir müssen nach der Hauptgabe. Guck mal, ob wir das zweit anheben können, das Gitter. Ja, warte mal hier. Das ist ne Kette. Kistalländerwand sehen geil aus. Dieses blau beleuchtete. Kistalländerwand sehen geil aus. Okay, dann muss man es halt so ungefähr im Gefühl haben. Wenn man trifft. Kistalländerwand. Komm mal, alter Mann. Ich bin sicher jetzt. Ich bin ja nicht umsonst. Ich bin ja nicht umsonst, irgendwie. Ich bin ja gefangen gehalten. Alter, fett. Nicht schlecht. Weil der Kraft trotz hier. Wir laufen links gleich lang. Ich wollte erst nach rechts ausweichen, aber es ist wahrscheinlich egal. Ich bin ja mal gespannt, ob das Gitter hier aufgeht. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen und den Protektor bekämpfen müssen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen und den Protektor bekämpfen müssen. Alter. Das war eine Falle. Übel, übel. Oh, big motherfucker. Big motherfucker. Big motherfucker. Auf jeden Fall. Ich bin ja. Oh, der ist ja nicht ab. Ich will ja ein paar geben, wer. Oh, der ist ja nicht ab. Ich will ja ein paar geben, wer. Da war das sogar gut, weil die können meine Seelen aufmischen, ja. Seitdem, war's ja nicht ab. Oh, der ist ja nicht ab. Der ist ja nicht ab. Der ist ja nicht ab. Das ist ja nicht ab. In dem Moment nimmt das hier nix. Ach, bin ich sogar gut, wie gesagt. Die können wir auch mal gut glatt machen. Alter, das wird aber knapp hier. Haben wir ja wiederbelebt. Also das hat wirklich was für ein Vampire. Das war, dass wir den Schatten ausweichen können oder auf dem Schatten lernen und dann weglaufen. Oh komm, sag zu, den packen wir noch. Jetzt kommen wir den nächsten. Das kommt, er kann sich gleich wiederbeleben, sehr gut. Packen wir das auch. Das feiere ich auch ein bisschen, muss ich sagen, dass ich wieder wiederbelebt werden kann. Jetzt kommen wir, jetzt machen wir mal ne Blatt. Ah, komm. Mach's nicht mehr viel. Ah, los komm. Den kriegen wir. No. Er ist weg. Er hat ihn quasi im Kiefer oder das Genick gebrochen. Du hast ihn gebrochen. Ja. Kein Dank an dich. Warum hast du mich in das gemacht? Wieso hast du mich in das gemacht? Wieso hast du mich gebrochen? Wieso hast du mich wieder gebrochen? Ich habe dir noch nicht erzählt. Ich habe dir noch Angst gehabt. Ich habe dir noch Angst gehabt. See you. Ja, so wäre ich mit ihm umgegangen. Also irgendwann reicht es dir mal. Nicht so schnell, oder? Jetzt haben wir ihm geholfen sozusagen ihn da zu befreien und er fällt unseren Rücken. Wäre er an Bahner draufgegangen. Unglaublich. Das ist so ein Arschkriecher. Ist ja kein Wunder, dass er uns angegriffen hat. Das ist halt einfach hinterhältig. Das war nur eine Prüfung, oder? Vielleicht kannst du das weiterverlust. Du kannst dich weiterverlust auf den ganzen Tag. Du kannst ihn doch nicht unterhalten. Dann kommst du mal. Was ist das schon? Du kannst dich nicht mehr aussehen. Du kannst dich nicht mehr aussehen. Du kannst dich nicht mehr auswählen. Alter, das sieht auch fett aus. Spezialkräfte bekommen. Ah, wir sind jetzt nicht mehr mit Lucifer verbunden. Die höllische Kraft ist jetzt weg. Ich bin mal gespannt, wie die Kraft ist. Wollen wir mal zuschlagen. Okay, jetzt sind wir hier gelandet. Und niemand wird mir helfen, oder? Schau dir die Waffe, Scheiße. Hör auf! Du bist ein Scheiße für mich. Also hörst du. Du wirst das tun, oder es wird ohne dich getan werden und du wirst verabschiedet. Verstehst du? Jetzt haben wir Spaß, Scheiße. Dass sie überhaupt miteinander telefonieren. Also könnte die Tochter sonst immer aussagen der Dimensionen auf, oder? Also, egal. So Freunde, wir machen aber an dieser Stelle wieder Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ist schon sehr nice, das Game. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ein paar Kommentare da zu lassen, wie ihr das Game findet. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.